Wir alle legen jeden Tag Schalter um. Wir steuern damit Licht oder Geräte wie Kaffeemaschine und Computer und Kinderspielzeug. So gestalten wir Beruf und Freizeit eben unseren Alltag individuell. Wir von Stromnetz Berlin betreiben das Stromnetz in der Hauptstadt und haben ganz besondere Anlagen. Netzknoten. Sie verknüpfen die Stromnetze von Bezirken und verteilen den Strom stadtweit. Große Schalter regeln hier den Stromfluss wie ein überdimensionaler Sicherungskasten. Unser neuster Sicherungskasten hat eine Fläche von 3500 Quadratmetern. Vom Start der Projektplanung bis heute habe ich den Bau des Netzknotens begleitet und kann nur sagen, jeder Euro ist gut investiert. Unser Gebäude passt sich dem Industriecharme des Standortes an und ist doch topmodern, wie der Bezirk selbst. Ein sicheres und stabiles Netz ist elementar für Berlin. Mit Energie- und Verkehrswende steigt der Strombedarf und die Ansprüche an das Energienetz unserer Stadt. Ich freue mich daher für Charlottenburg und ganz Berlin über diesen neuen Netzknoten und das Upgrade für unsere Versorgungssicherheit. Ein Projekt für die Bürgerinnen und Bürger Berlins, deren Bedarfe frühzeitig zu erkennen und unser Netz darauf auszurichten, ist genau unsere Aufgabe. Dies gelingt nur gemeinsam mit allen Beteiligten in der Stadt. Wir tun alles, um Berlin am Laufen zu halten. Natürlich ist so eine Baustelle vor dem Fenster nicht schön, aber wir Nachbarn wurden gut informiert und es gab Besichtigungen und sogar eine Einladung zum Richtfest. Technisch haben wir ein topmodernes Werk. Leise Anlagen und alles läuft ferngesteuert. Die größte gasisolierte Schaltanlage Europas betreiben wir mit Stolz. Anlagen dieser Größenordnung sind für uns auch nicht alltäglich. Das Schöne hierbei ist, dass moderne Technik aus Berlin für die Energieinfrastruktur in Berlin zum Einsatz kommt. Vielen Dank an alle Beteiligten von Stromnetz Berlin und den am Bau beteiligten Firmen. Gemeinsam gestalten wir unser Stromnetz. Wir vernetzen Berlin und entwickeln unser Netz ständig weiter, damit du jederzeit Tag und Nacht den Schalter einschalten kannst.